109 am deck gejagt von der spit ok beim french point ja über wasser raus ja das ist wieder so ein deppendogfight da geh ich nicht mit rein das ist wieder so einer wo 109 halt wie ein wie ich weiß nicht tourette syndrom hin und her zuckelt ja dafür bin ich ja da ich mach das gerne rex arbeit die 109 kriegt gleich den arsch voll hier bist du grad dran vorbei da war noch eine 109 die irgendwie reingestützt ist ich bin auf zweieinhalb drei immer noch zwischen boulogne und french point ich muss gar nicht dass hier die maschinen auch blitzern in der sonne das ist mir noch nie wirklich aufgefallen ganz nett das war extra knäppig wahnsinn ich bin gerade an einer speed vorbei gerauscht mit affenzahn das ist ich glaube ich mal ein zentimeter ausgegangen dass wir da nicht aneinander gegangen sind da unten oder was ja da sind aber schon wieder 309 auf der einen speed also ich lasse da ab ich mach jetzt mal wieder höhe hier brav irgendwie kommt mir england heute so nahe vor so nah und doch so fern ich habe jetzt die letzten tage ein bisschen hearts of iron 4 gespielt ähm ich weiß nicht kennst du hearts of iron äh ne ich meine ich weiß so was es ist so ein rundenstrategiespiel aber sonst weiß ich auch nichts darüber ok naja auf jeden fall also es ist eher so grand strategy du musst halt alles planen wirklich also von der industrie ähm den kilometer südwestlich von vielleicht lim oder was stürzt gerade eine maschine von 4.000 runter auf ne hurricanes gut feuer was ist es heck abgeschossener hurricane mitte kanal ok dann habe ich gerade dich gemeldet ja ich gehe immer noch mal drauf ok ja aber das ist das ist nicht lim das ist ja weit davon entfernt ich habe gesagt zehn kilometer oder ne da sind wir näher an foxton ich habe das noch eine weitere feindmaschine direkt dort wo die gerade runter geht die hurricane ah ist aber auch fast am deck so unter uns ja die hurricane ist gerade reingegangen jetzt ist gerade reingegangen warte mal ich sehe zwei kontakte ich weiß jetzt nicht welcher welcher ist ich sehe eine 109 e1 und ähm die speed ist etwas östlich davon ist auf halo 25 ich überfliege die gleich in der lisa jetzt ne ja 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 sehe ich ah ich sehe bist du in der rolf gerade bist du hoch ja 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 ich versuche hier zu kurven und drauf zu stürzen die folgenden e1 ich stürze auch mal drauf hallo ether und pailokil so muss das sein äh hast du ne das ist die e1 345 habe ich okay das müsste irgendwo ähm ich sehe in kontakt der ist direkt hinter uns auf deiner 9 uhr hoch jetzt mehr der winkel überholt ja victor ist ne speed geht auf dich geht auf dich ja ich drück an ja brauchst du noch nicht wenn du hast zu ja auch ne n ja trotzdem ich bin einfach halb 10 vollgas kein fan von diesen abendkarten muss ich sagen äh aber dafür gibt es ja gott zu lang den cliffstab 7 1 damit hat man schon mal einen kurven sinn dafür wo der ist vorsicht der stürzt die hinterher ne ich glaub der kommt auch ran wieso kommt der ran ja weil er höher war aha äh lässt ab kurvt hoch bist frei jetzt mal jawohl danke kommst du da ran oder ja aber der subkt grad hoch und macht grad irre viel höher wieder gut der ist schon höher als ich wieder bin jetzt gerade erst auf 60 und der ist gut auf 65 mindestens kurvt grad über eine seite ja okay ich glaube ich komme ran ich komme jetzt auf seiner 3 Uhr heran naja er hat mich gesehen zieht er auf mich ja naja er zieht auf mich achso ach da ja ja ich siehs haben ihn draufgegeben auf 1 0 schön mach mal ein bisschen Höhe hier abseits ja der der kurft nicht mehr so gut du kommst grad hinter dem rein ne ich mach Höhe abseits ah da kommt noch eine Maschine hinter dem rein jetzt 109 ah ok ja ich seh ihn jetzt er ist relativ ja ok also noch eine 109 über Rolf steigt das bin ich ja ja oh too late ja ja der hat grad von der anderen 109 nochmal was mitbekommen wird nochmal auf ihn draufgehen ja ich geb ihm auch vielleicht ein paar mit selber fast jetzt weggedruggelt ah der hat grad gesch- weißt er hat grad geschossen interessanterweise ihr guckt da in Richtung Dover rum? ja ja ok jo naja versucht mich zu geben aber dieses Trudeln ist sowieso ja der geht der geht rein ähm der fängt sich glaub ich nicht mehr mit dem kaputten Prügel oder lässt er sich durchtrudeln? das kann natürlich auch sein kann auch sein ja ich werd nochmal mit dem Geass draufknallen ja auch ja das lass ich nicht durchgehen ja mit dem Geass schön draufgegeben ja aber da macht wirklich nichts mehr über Spitze direkt auf 4000 vielleicht ich seh ja noch ne Maschine südlich raus niedrig ich stütze mal an ok ok er fliegt Richtung French Point ist ne Speedy über was war das? ja oh das seh da ist ne da sind 209er die Speed geht mir anscheinend an oder versucht's zumindest ja ich hab eh noch ne Speedfeuer ha und du hast geschossen das war's dann wohl auf welcher Höhe seid ihr denn unterwegs? 1000 ich bin grad auf 45 ich bin grad im Vertikalstutzen hol auf die Speed ja der Motor ist aus na ey seiner ja klar seiner ich mein er die raus doch nicht nochmal rauf und Hvala Morghulis all men must die ja wir freuen uns bekommt den nicht er ist noch ne 109 draufgegangen hat jetzt Öl geschossen aber der war eh schon durch der hat Wasser und Öl weiß nicht was der noch will der hat keinen Motor naja hier bin noch ne Feindmaschine über äh Fogstone auf 6 nein 55 ich bin auf 60 geh ich mal an fliegt grad aufs Wasser hinaus ok ja jawohl uh nicht rein kollidieren eben hab ich's auch ordentlich gegeben Motorhaube ist weggeflogen und mehrere Flügeltreffer er ist oben ohne ok ich seh mal zu dass ich hier mich aus dem Staub mache ja du hast den Kill willkommen für die Speed jetzt grad ja ja eben die ist reingegangen irgendwie ähm ja hier ist ein bisschen niedrig aber hey eins nach dem anderen erstmal die Spitfire hier so die ist doch virtuell äh offen wo da ist noch ne SPD hallo äh 35 40 flieg grad südlich raus Richtung English Point ich stürz grad drauf also von Fogstone fliegt die Richtung in English Point raus naja ich muss noch mehr Höhen machen so einen leichten Rolf jetzt ja ich seh's mal jetzt da hinter rein ich hoffe er hat mich nicht gesehen ja ich seh dich grad angreifen oh der hat mich gesehen draufgegeben er hat Wasser und zwei Löcher in beiden Flügeln was hallo 35 ja äh ja er ist höher 40 40 ist er ne nicht 50 40 eher ja der stürzt durch ja er geht weg nicht wert in welch Richtung? Richtung Fogstone naja jetzt hat er gewendet jetzt fliegt er ich weiß nicht der weiß selber nicht wo er hin will ist grad ne 109 vertikal steigen bist du das sicher? ja 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 ähm wo ist das denn von dir aus gesehen? auf der 3 Uhr oder? auf meiner 4 Uhr in Miedrig jetzt ok ja die sind grad direkt wie über auf dem Fogstone Hafen sind direkt am Deck die Purschen 109 zieht die glaub ich grad wenn wenn der keine Affen-Tänze macht dann helf ich ihm sogar ja na ich seh grad einen der fliegt grad über Land ja ich stütz jetzt wenn ihr mich seht ich stütz grad auf beide runter ja in welche Richtung fliegen die denn? ah Frenchpoint komm jetzt hinter der hinteren Speed herein also auch hinter der zweiten ja ich sehs ja Höhe sind hier nicht sehs grad noch nicht auf Deck ja ziemlich ja ziemlich ich geh mal auf die Erse ran vielleicht ja sind aber nassen Fußes schon ja schon längst ja wann bist du? ja ich seh dich ich komm schnell ran ich hab noch immer gewackelt und geeier hier von meinem Sturz ja ich drück jetzt auch an die sind weg dann hol ich mir die Vorderer das ist auch sein Glückstag die 109 hier das heißt viel zu dunkel ich seh überhaupt nichts das ist ja wunderschön 2 weg ist sie weg ist sie weg ist sie kommst du auch noch an die Vorderer weil sonst bleib ich dahinter ja bleib mal hinter ich äh aber du bist hinter mich oder? ja genau ich hatte nicht so viel Höhe glaub ich Notleistung Kühler zu äh ja stimmt du hast ne Notleistung die D-Rated naja wenns mal wieder länger dauert mal bitte eine Art Chicken in den Chat schreiben und sich dann rein rahmen ja das ist immer gut auf jeden Fall nein nicht 109 achso wir hm wobei das ist gar nicht mal so dumm ja eben aber ich weiß nicht ob der das mit Absicht macht naja 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 hat jemand unterhaltsame Witzgeschichten im Kopf ich hab ein Witzebuch hier ja dann dann lies mal vor sag mir eine Seite äh Seite 32 warte ich muss jetzt mal gucken dass ich das im Regal finde gut erst der Witz äh wo ist denn der Witz scheiße ich kann das grad nicht finden ohne Wasserberührung zu haben aber überhole dich gleich dann hat's wieder ein Stickauf jetzt komm ein Pfarrer, ein Rabi und ein Prediger in eine Bar gehts dann weiter ich hab irgendwas schlechte mitzuerzählen ah shit shit ja ey jetzt macht ihr die Dummheit ja na gut ja was geht alter ich sag wo du raus bist ne naja ich häng noch dahinter ah scheiße ok ich bin raus what der hat grad übelst gelegt what the fuck jetzt schon wieder wow wow what the fuck ok kommt einer von euch rein? ja ich bin jetzt hinter ihm ja ich bin jetzt hinter ihm leckt sich da ein zurecht ey der kann auch nicht der kann nicht mal grad ausgehen komm von euch jetzt dran ey was macht der denn? ja ich geh jetzt auch wieder drauf und oben beim drauf geben hat Öl ja ja der hat schon Öl ah super nochmal drauf gegeben brennt ah fuck an ey also raucht zumindest ja das das hatte wir eben schon ich weiß auch nicht alles aufgesprungen ja schöne scheiße ey ach geh ich doch mal landen wow hier sind mal eben gefühlte 20 Spitfires an den Bombern dran holy shit ein italienische die fressen den scheiß auf om nom 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 ah scheiße wie die chick mac nuggets i fucked up kacke ich glaub ich hab grad mein track recording da abgeschossen das war nicht so schlau so bei ein einer kreide ich habe noch kreide das das die ob in das das